Tchuuu! Oh, schütze! Oh, oh, oh! warum fährst du nicht? er wurde hier erstanden der haut aber wieder einen raus hier ich dachte du wolltest Rolls Gap machen ich? was ist denn hier los? was ist denn hier los? wow aber ein Gap alter guten morgen liebe wir Freunde gestern Abend ganz kurzfristig wurde mal der Trailpark Mehring aufgemacht und ratet wo wir sind richtig Trailpark Mehring hier ist die Kette schon auf die Traverse erfahren wir als erstes jetzt die Traverse dabei ist der Max der Max fährt heute mal auf einem Scott ich bin auf dem Jeb unterwegs ein paar Sekunden rum ha Oh! Oh, nice. Ah, scheiße, Schwung verloren. Da ist die Kurve enger geworden, geht bergauf und ist matschig. Uh-huh. Oh, okay. Oh, okay. Ich trau mich noch nicht. Oh, da rast er wieder los. Oh, ist auch schön gemacht hier. Hat geklappt. Oh, da war ein Doppel drin. Der ist aber auch wieder schnell unterwegs, der Junge. Oh, geil gemacht hier wieder. Ich würde ja bremsen. Jetzt hat mich wieder vom Pedal gerissen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wow, da war ein Gap. Alter. Wie geil. Erste Abfahrt auf der 2. Und direkt in so ein Gap rein. Oh, der ist neu. Okay, hätte man fahren können. Ist auch neu. Okay. Okay. Aha. Hopp. Ähm. Oh, ja. Hier ist ein bisschen zu viel. Lines auf einmal. So, der hätte man machen können, ne? Nach dem Drop war die Kette ab. Na ja. Okay. Ist auch ein bisschen breiter geworden hier. Ja. Ah. Scheiße. Oh. Ah. Oh. Hier. Ja. Puh. Das war eine Trailfalle. Ah. 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 Hopp. Ah. Ah. das mache ich heute noch nicht, also jetzt noch nicht, gleich vielleicht schön Anlieger reingemacht da liegen ein paar Hälschen rum den machen wir da her, ja das soll warm werden hier mega ein Loch drin, das gefällt mir nicht wie er das so, funktionierst du nun wieder, du GoPro 8, du dreckig isse schnell so 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 Ah! Woa! Woa! Wasn't that it? Ja! Ah! 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 Bisschen hoch! Wenn uns geht mit der Karte nicht ganz zu lang! Ah! Ah! Woa! Es ist noch ein bisschen marchig hier Ja Ah! Wie geht es mir heute? Nee! Nicht so much! Wie kann es hier anders? Wollen wir uns schicken? Hopp! Ah! Ah! Weißt du mehr dran! Ich muss bestimmt nicht viel bremsen! Ah! 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 Es ist sehr! okay folgenden Bau gefahren folgenden Bau gefahren folgenden Bau gefahren salärer folgenden Bau folgs 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 folgenden ich muss schnell aneckt zu rutschen hier gemacht! mann war der einfach wow, ich habe fast einen Baum gesprungen, ich habe fast einen Baum gesprungen ja, ich habe oh Es ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich dachte, du wolltest Trollskip machen. Ich? Ich dachte, du wolltest da hinstellen und gucken und danach machen. Also anfangen wir nicht. Oh shit. Oh, ich hab fast umgebracht dabei. Sauber. Oh shit. Oh shit. Woah. Let's always go. Yuuuh. Uh. Ja. Woah! Woah! zuschlag volle könne ist einfach losgefahren jetzt passiert Oh. Ah, wo fährt der denn lang? Ah. 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 Ja. Kein Problem. Ich auch gerade. Ah. 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 jetzt nach hause wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da vergisst nicht den kanal zu abonnieren und bis zum nächsten mal